Wenn du jetzt mal was noch mag, ging da in die Höhle, macht Feuer an und erfolgen muss. Das müsste es dann eigentlich gewesen sein. Hoffe ich. Glaube ich. Und die Tür ist auf. Hat geklappt. Ja, sie ist die Rese. Normales Zeug, Münzen und Alari. Agatha ist viel. Und wieder ein Büchlein mehr. Was haben wir jetzt gelernt? Ein Kodex. Oh mein Gott, das ist die Formel für griechisches Feuer. Nochmal 10.000 Credits. Cool. Jetzt kann man mit den Brandpfeilen auch die Rüstung der Feinde zerstören. Und ich habe alle Gräber gefunden. Das heißt, auch das Quest ist fertig. Sehr schön. Geile Scheiße. Das freut mich sehr, dass das erledigt ist. Muss man nur noch zurück. Nuno ist natürlich auch so ein Ding. Es ist ja schön, dass das Wasser alles immer so super klar ist. Dann machen wir jetzt nochmal unseren Sprungpunkt. Safe Point. Und nochmal wieder einen Fähigkeitspunkt. Boah, ich darf das jetzt mal los oder was ist er los jetzt? Oder mein, den ist voll. Ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir hier jetzt nochmal. Wir könnten aber auch da, weil dann machen wir da noch so eigentlich gar nichts. So gut wie gar nichts. Hier war das. Früher oder später ist ja sowieso alles freigeschaltet. Von daher ist es jetzt eigentlich denke ich auch egal, was wir da machen. Und wir gehen mal raus. Nehmen wir mal ein paar Pfeile mit hier. Der ist wieder voll. Sehr schön. Schade, dass hier kein Erz war. Das freut mich sehr, dass ich die Höhle hier gefunden habe. Und die Erz war noch. Das ist nur die Frage, wie kommen wir denn wieder raus jetzt? Und dann, ja, raus da. Stopp. Einmal nach oben bitte. Richtung Ausgang. Jetzt haben wir den Bär erledigt. Wir haben das letzte Grat gefunden. Wie gesagt gespeichert. Warum auch immer. Okay. Vorsichtshalber. Aber ne. Hier gibt es jetzt nur noch den Ausgang und dann war es das für diese Höhle. Glaube ich zumindest. Na, hier ist auch nichts. Wo kriegt man das, das blöde Erz her? Das muss doch in irgendeiner Höhle sein, oder nicht? So, dann sind wir wieder draußen. Da gibt es halt nur die Wildschweine. Da gibt es halt nur die Wildschweine. Hier hast du nochmal Krypto-Eingang. Da gibt es auch nur den einen. Herausforderung gibt es hier vier. Dokumente haben wir acht. Wandgemälde drei. Gut, dann versuche ich mal da hinzukommen, weil da müssen wir dann eh nach da weiter dann. Oh, dann gucken wir mal, was wir da so machen können. Falls wir da lebend hinkommen, heißt das. Da gibt es nochmal Pfeile. Normale Pfeile halt. Da kann man glaube ich hoch. Ich würde natürlich jetzt gerne über die Dächer gehen. Ich müsste jetzt nicht unbedingt über den Fußboden latschen. Das wollte ich mir vorstellen. Da war was zu lesen. Hier war erz. Aber auch okay. Brauchen wir auch. Um die Explosionspfeile zu machen. Aber jetzt rennen wir mal zu diesen Krypto-Krams. Weiß noch nicht ganz genau wie. So schon mal nicht. Ob man das nur aufmachen kann. Warum das noch nicht aufbleibt. Hä? Gibt es da was Schönes drin? Da kommst du aber nicht rein. Da kommst du so nicht rein. Ist ja auch egal. Wir wollen jetzt erstmal zu diesem Krypto-Krams hin. Das ist nochmal so ein Pfeil-Ding da oben vielleicht hin. Da muss man von da oben herunterschießen. Da kommt es immer nicht ran. Dann auch ins Böcksel. Ja, das funktioniert nicht. Okay. Zum Glück laufen die irgendwie auch noch auf den Dächern rum hier. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Das ist eine Idee. Knobong. Lass mal feilen das Ding. Hauptsache kein Krachmann. Da müssen wir hin. Da gibt es was zu lesen. Da ist der Eingang. Und da ist der Nest. Da ist Holz. Da ist der Kiste. Da ist auch nochmal alles. Was es ja jetzt gibt. Die Kiste. Und Münzen. Hier ein bisschen komisch liegen. Da war schon wieder so komische Musik. Das heißt, da wird wahrscheinlich irgendwo ein Gegner in der Nähe sein. Ich habe zwar jetzt gerade keinen gesehen, aber es muss ja nichts heißen. Das macht mich zumindest immer so ein bisschen nervös, wenn die Musik komisch hört. So, da kannst du nochmal rein. Hier so. Damit nicht. Damit nicht. Damit nicht. Damit ja. Auch okay. 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 Wo ist er denn? Da war's. Komm, ich habe auch so. Da war's. Da ist er noch. Enster Pins. Irgendwo laufen noch mal hier rum. Aber gut, dass das die eine Alarmlob hier raus ist, wenn die jetzt gebümmelt hätten. Wer weiß nicht, wie die dann gekommen wären. Das ist noch einer. Die anderen sind ja kein Zuhause, Leute. Jetzt ist wieder Ruhe. Erstmal. Ähm. Da ist noch ein Nest. Aber auch okay, wir wollen nicht nach oben. Was hat hier denn so schönes? Da leiden noch mehr eben, oder? Lassen die alle was fallen, oder? Ja, scheinbar schon. Die verschwinden und lassen einfach nur ihr Päckchen liegen. Ach, okay. Wo war jetzt dieser dämliche Eingang? Dieses Krypto-Ding. Da haben wir nochmal Holz und was zu lesen. Und Pfeile. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug. Als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark. Aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Hm. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Diese Ascheviecher hatte ich eben auch gehabt, Kumpel. Wo war jetzt der Kryptoeingang? Ist das schon da aus? Naja. Ich hab mich nur blind. Da. Eine Etage tiefer wahrscheinlich. Die Kugel. Hier sogar Wasser. Okay. Da. Na denn. Haben wir dazu erst auch gefunden. Wie. 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 Hier gibt es noch mal Pilze und was zu lesen. Eingang natürlich. Valentinus, der Zeitmesser. Der Tisch Level 6 sind wir schon. Ich weiß jetzt gar nicht was es hier so gab. Irgendwelche schöne Dinge zumindest. Gibt es zumindest meist wenn man solche versteckten Dinger nimmt. Vielleicht versteckt sind sie ja nun nicht, aber... Halt die hier. Waren wir zu lesen mal wieder. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesch unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Naja, sicher ist jetzt... Naja... Weil ein Freund von den Viechern da ist, dann ist man da wahrscheinlich sicher. Dann gibt es Pilze. Das ist wie man einkaufen manchmal hier, oder? Man geht so durch die Höhle und sammelt seine Pilze. Und da ist nochmal so ein Erz. Ich finde das Laufen, also das Schnelllaufen auf Stickdrücken, das ist echt sehr nervig. Das ist aber auch wahrscheinlich wieder ein normales Erz nur. Und zweimal das! Das ist dann also doch mit da drin, ne? Wie viel braucht ihr denn von dem Zeug? Scheiße, jetzt seht ihr das wieder nicht. Und dann geht das jetzt, weil ich diese... Äh, äh, äh... Erweiterung da gemacht habe im Menü eben. Hier diese... Das kann natürlich sein, dass es dadurch, ähm... dazu gekommen ist. Okay. Was haben wir jetzt? Bogen freigeschaltet. Wieder einen neuen Bogen. Und nochmal 3000 Credits. Und ein paar Münzen. Guck mal, es ist ja schon fast auch diese Seilwinde zulegen. Und das war es dann aber auch schon hier. Gibt es nichts mehr Schönes. Okay, dann wieder raus. Irgendwann etwas? Na. Zack. Das heißt, wenn ich jetzt normale Höhlen wieder reingehe. Das ist jetzt nochmal Erz. Mal gucken. Das ist jetzt nur normal, okay. Aber ich habe erst zwei... Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich das in den Bogen bräuchte. Dann müssen wir mal zu so einem Basislager gehen und gucken. Aber ich brauche auch noch Friedern. Davon war ich. Das kommt auch noch dazu. Zumindest haben wir diese Krypto-Geschichte auch erledigt. Ist auch schön. Mal gucken. Da gibt es noch ein Haus. Ach, gibt es denn hier noch alles? Berge, gut. Was ist das? Ach, das Erz wird denn doch auch ein... Ach, ach, so. Okay. Hartholz. Neher Ransung kann man leider nicht. Gut. Federn. Du Eingang. Hier hatten wir ja schon. Federn, Federn, Federn. Ich gehe nochmal hier zu diesem Erz. Na. Ist natürlich jetzt toll für den Farbenblenden, die bunten Punkte wieder zu suchen. Ist nur die Frage. Da ist noch eine Kiste. Eine Zahnradkrams. Aufholz. 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 So. Okay. Alles los. Das ist echt nur das Normale. Wird ein denn das andere tolle auch da angezeigt? Das wär natürlich geil. Ja. Würde ich sagen, oder? wir gehen jetzt mal richtung da wo wir hin müssen dann krams gibt es noch ein paar wildschweine die man essen könnte verstecke mit verstecke gibt es ja auch drei angeblich dann müsste es hier jetzt aber auch erst mal noch mal so einen grafen geben die man lesen muss damit das aufgedeckt wird und herausforderung ist hier glocken abschneiden ist auch noch vier stück vielleicht gucken wir mal ob wir noch ein paar glocken finden bevor wir jetzt dahin gehen können wir noch ein bisschen rumlaufen hier ist natürlich schön dass man die glocken hier sehen kann einigen gut so riesig okay ist die frage sind die jetzt nur hier oder sind die auch überall hier das die frage jetzt egal wir gehen jetzt noch mal die federn nehmen wir noch mal mit und dann gehen wir dahin wo wir hin müssen da noch mal federn dann waren wir jetzt unterwegs noch eine glocke finden sollten da kommen die federn mit dann nehmen wir die halt auch mit die glocke das dumme ist man möchte natürlich nichts verpassen hier an tollen sachen eventuell vor allem da waren noch die federn glaube ich naja ja ok ach scheiße auf die federn schon sind wir dem ziel wieder ein stückchen näher einmal speichern aber auch schon lange nicht mehr selbst gemacht 50 prozent okidoki okidoki